77, das war schon ein faszinierendes Jahr. Wir hatten die schnellsten und besten jungen Fahrer in unserem Team. Wir waren die Ersten, die jungen Fahrern die Chance gaben, in einem Werksteam gegen die etablierten Fahrer der Welt anzutreten. Sie haben Rennen gewonnen. Sie haben als Team sehr intensiv gelernt und haben sich zu den besten Fahrern der Welt entwickelt. Und warum sollte sich diese Geschichte nicht noch einmal wiederholen?